Wir werden sportlich und hatten es ja gestern schon berichtet, die DEL hat den Betrieb vorzeitig eingestellt. Es gibt also keine Playoffs in dieser Saison aufgrund des Coronavirus und das betrifft natürlich auch die Adler Mannheim, die jetzt genauso wie all die anderen bereits zehn qualifizierten Teams auf Einnahmen, also wirtschaftliche Ausfälle verzichten müssen bzw. diese verkraften müssen. Vor allem die fehlenden Zuschauereinnahmen reißen da ein großes Loch und dazu haben die Adler heute auch die Rückgabemodalitäten für bereits erworbene Playoff-Karten auf ihrer Homepage veröffentlicht. Grundsätzlich gilt, jeder, der bereits Tickets für die ersten beiden Playoff-Viertelfinalspiele der Mannheimer erworben hat, bekommt den Kaufpreis zurückerstattet. Genaue Details finden Sie auf der Homepage. Und mein Kollege Philipp Köhl hat mit dem Geschäftsführer der Adler Mannheim, Matthias Binder, über die weiteren Auswirkungen des Saisonabbruchs gesprochen. In Mannheim wird in dieser Saison kein Profi-Eiserg mehr gespielt. Der Geschäftsführer der Adler Mannheim, Matthias Binder, ist bei mir. Herr Binder, wie patient haben Sie denn das Urteil gestern aufgenommen, dass die Saison beendet ist? Ja gut, wir haben ja das Urteil mitgestalten können. Wir waren ja da in dem Telefoncall dabei. Aber ich kann nochmal wiederholen, da gab es gar keine andere Wahl für uns, als die Entscheidung zu treffen, die gestern getroffen worden ist. Weil die Gesundheit der Spieler steht nochmal unter Familien und alle, die an dem Sport dranhängen, steht natürlich an erster Stelle. Und durch die Verordnungen, die überall in den Bundesländern passiert sind, Veranstaltungen, über 1000 Zuschauer zu untersagen, denen mussten wir Folge leisten. Und das war die natürliche Konsequenz daraus. Adler Mannheim sind auch wirtschaftlich gut aufgestellt, haben ja mit den höchsten Umsatz, klar, das ist kein Geheimnis mit München zusammen, stellt man auch den höchsten Etat. Wie groß sind denn die Ausfälle und wie kann man das denn auffangen, kann man da schon was sagen? Also das ist vielleicht jetzt etwas früh, aber die Frage ist mit Ja zu beantworten. Selbstverständlich haben wir dadurch auch große Einnahmeverluste, weil die Spielergehälter laufen ja logischerweise weiter und wir haben keine Einnahmen, die wir mehr erzielen können. Aber wie groß genau der wirtschaftliche Schaden ist und welche Regressansprüche durch vielleicht an uns noch herangetragen werden, dadurch, dass die Saison wir absagen mussten, die kann jetzt noch keiner so richtig greifen, da bitte ich einfach um Verständnis, dass über eine Nacht wir nicht alles durchkalkulieren können. Aber ich kann Ihnen hier an dieser Stelle schon sagen, dass der Verlust ziemlich groß sein wird und wir müssen dementsprechend auch im Sommer schauen, welche Investitionen wir bei den Adler Mannheim tätigen können und welche nicht. Regressanforderungen, kann es auch sein, dass die Adler vielleicht von der Liga oder vom Staat, von den Kommunen Regress anfordern könnten, um Gelder wieder zu generieren, die jetzt verloren gegangen sind? Das wissen wir nicht. Natürlich, finde ich, wäre es gerecht, wenn wir uns dem Gesundheitssystem entsprechend korrekt verhalten. Und ich glaube, das ist der einzig korrekte Weg gewesen, um auf Nummer sicher zu gehen, die Liga abzubrechen. Würden wir im Gegenzug natürlich erwarten, dass wir eine Förderung vom Land oder von der Bundesrepublik bekommen. Das werden wir natürlich prüfen, aber wie da der Sachstand der Dinge ist, da müssen wir uns erst einarbeiten und müssen mit den Behörden sprechen. Aber es wäre wünschenswert, dass wir da eine Unterstützung bekommen. Da wünschen wir viel Erfolg, Herr Binder. Vielen, vielen Dank. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020